neuen Runde, oder Folge eher gesagt. Und dieses Lied hier ist für dich, Kika. Guckt euch den McLaren an, im Shop. Die neuen wahrscheinlichen Restaurant sind da. Und ja, heute gibt es ein neues Opening. Wir fangen mit den kleinen an. Go. Bitte kein Schrott. Nein! Immer kommt da Schrott raus. Regenbogen. Es kommt nur Schrott da raus. Ihre Kikenspüren brauche ich gar nicht. Ernsthaft? Nicht einmal Import. Gnase. Da muss jetzt einfach rauskommen. Ich hab nie Glück. Ich hab nie Glück. Das braucht kein Mensch. Kann ich mich schon schütteln? Ja, okay. Leute, ich shoppen das. Bitte kein Schrott. Kein Schrott. Boah. Warte ganz kurz, Leute. Ich hab hier wieder Probleme mit den Kabeln. Geil. Oh, schwarz. Gefallen mir. Da kann ich dich nicht so ganz beschweren. Bitte das gut ist. Takumi. und gebrannte Sina, weiß nicht, ob das geht. Ich guck mir das erstmal an. Gebrannte Sina. Ich weiß nicht. Das, was für uns ist. Ich muss erstmal die neuen Räder anlegen. Okay. Die sehen sich ähnlich. Ich weiß nicht, ob ich die neuen Räder anlegen. Ich weiß nicht, ob ich die neuen Räder anlegen. Boah, was für eine Parade. Aber hat ihr das Spiel verlassen? Leute, wir kommen zu diesem Opening, wo Goku einfach mal ein Eigentor schießen. Boah, sieht doch schön aus. Jo, ich glaube, er wird trainen. Ich glaube, er müsse mein Titanweißen Finnex traden. So, ich glaube, er wird ein Eigentor schießen. So, ich glaube, er wird ein Eigentor. Ich muss ganz kurz abkommen. So, ich glaube, er wird ein Eigentor schießen. So, ich glaube, es ist der Eigentor. 2, 2, 1, 2, 1, 2. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Leute wir schaffen das Warte niemand auf Bus Willst du Eigentum schießen oder was? Boah ey, hätte nämlich sich gebummt der da drin Jo Leute, das haben wir euch gefallen, lasst gerne ein Like da und ich spreche ein bisschen Schöneres, was? So ganz halt, ja okay tschüss, bye!